Ein wunderschönen Tag zu einem neuen Röhnchen TTT mit Baloui. Hallo, Gibi. Zimt, Eidams, Kapuze, Maui und Mecklicklein. Zimt oder was? Ja, ich hab auch eindeutig Zimt gehört. Bin der Baloui. Zimt und Zucker. Baloui ist halt... Schade, dass der immer noch da ist. Man muss wirklich sagen, mit Baloui macht's halt auch am meisten Spaß. Achso. Ja, das sagst du nur, damit ich nicht gehe. Was ist mit dir? Danke, Kapuze. Wenn wir das nicht sagen, ich freu mich, wenn die Baloui sind. Ich hätte hier eine goldene Diegel werden möchte. Ich... Goldene Diegel. Einer wollte gerade. Das war nicht extra. Ja, aber warum willst du deswegen sterben? Nimm sie doch einfach. Ich hab nicht getreten, bin ich mit meiner Tastatur gekommen und hab nicht. Ja, dann nehmen sie dir. Alles gut. Nimm sie. Er hat einfach aus Versehen, glaub, gerade Blaoui getreten. Kann die eigentlich nehmen? Irgendwer hat das... Der Traitor kann's nur nehmen. Ah. Ah. Oh, hä? Das ist eigentlich... Warum liegen da schon der Baloui und der Gipsel? Das ist gerade eben passiert. Der Gipi hat den Baloui getötet. Ja, war keiner... Und wer hat den Gipi getötet? Warum? Nein. Nein. Also, Alters ist... So ein Käse. Nein. Du wirst als Inno... Du wirst als Inno... Kein Inno abschießen. Doch, weil Gipi das wirklich... Nein. Hä? Ich hab doch volles Leben. Komm her. Du bist nicht mal bei mir. Aber wenn du mich dann confirmst, siehst du... Oh Gott, sie sind mal los. Du knallst als Inno nicht ein Inno ab. Ich muss kurz was testen hier. Doch, auf den Wunsch von Inno. Wir haben ihn getötet. Aha, schaut gut aus, ja. Moment. Ich bin Inno. Moment. Wer hat den Gipi gekillt? Items einfach... Items. Oh, nee. An die Falle erinnere ich mich. Da geh ich nicht rein. Stimmt, es war Items. Ja, Items. Wir werfen da hinten einfach mal eine Granate. Den A-Scan hat das jetzt grad konfirmt. Und, äh, Scheiße, das ist direkt auf mich gegangen. Ich glaub, das war von Kundran gerade. Ich hab von eine Granate geworfen. Ja, aber warum auf mich? Kundran? Ich hab die Items hinterher geworfen. Du hast... Items, du hast den Gipsel gekillt. Und Kundran hat eine Granate nach mir geworfen. Nein, nach Items. Aber er hat ihn aus Versehen gekillt. Das haben wir alle gewusst. Deswegen macht's keinen Sinn, das In-und-Indo zu töten. Er stand zwei Sekunden vor mir und hat mich angefläht, ihn umzubringen. Ja, und? Das muss man dann doch nicht tun. Eben. Doch, klar. Der war unwahrbar. Da schieß ich ja zweimal. Mein Kristall ist gerade kaputt gemacht worden in der Burg. Wer ist gerade draußen alles? Ich seh Kundran, Kundran, Elektronen, Maxisee. Ja. Ich bin unten. Ja. Also bleibt nur Maru und die beiden Chaoten. Wer sind die Chaoten? Wer sind die Chaoten? Items und? Kapuze. Also muss es ja Maru sein. Nein, ich war doch bei items. Ich war doch bei items. Es geht los. Ich bin immer noch blind. Elektro. So beginnt. Elektro schießt. Ich hab nichts gemacht. Maru schießt auf Elektro. Der ist doch so. Ja, okay. Maru, ich schieß auf Maru. Kapuze schießt auf mich. Ja klar, haben doch alle gesagt. Ja. Okay. Oh. Wer liebt jetzt noch? Ich bin noch hier. Es ist items noch, oder wie? Nein, ich bin fein. Ich bin fein. Ich bin fein. Du musst fein. Oh, das redet halt noch jemand nicht wieder, aber. Mich hier nicht abschneiden. Ich bin wirklich fein. Aber ich denke mal, einer von euch muss ja jetzt böse sein. Das ist eine unglaublich unschöne Situation mit dem Domain. Warum sollte man als Inno einen Inno killen? Er steht vor mir und hat mich auch gesagt. Warum sollte man das tun? Warum sollte man das tun? Gibi, gibi, gibi. Was hast du denn gemacht? Wie hast du im Inventar einfach gemacht? Also wie hast du mich für One-Hitte? Hast du mal überhaupt gespielt? Ein Videospiel, Tim, oder was ist los? Wahnsinn. Gibi. Bitte. Der ist lustig. Normalerweise spielt er nur Verstecken in CSGO. Ja, richtig. Ich bin vor Scham gemutet bei Luis. Tut mir leid. Wie hast du das gemacht? Bei dem Bogen? Ich hatte den Bogen gespannt. Du hast gefett fingert, oder was? Nein, dann warst du hinter mir. Ich wollte mich umdrehen. Hab mit der Maus gegen die Tastatur. Es geht schon los, Items. Aber incident. Das ist der schönste Headshot, den ich je gekriegt habe. Ja, war nicht so leid. Einem ist das AFK. Wurde in den iTunes alles gut. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht. Ich tu da. Adams. Das ist doch lustig. Oben in dem Bug ist jemand, der eine Turtle geworfen hat. Äh, Dalu? Nein, weiter oben. Das ist mit der Etage. Ganz oben. Moment, Kato. Warum gehst du denn da? Ja, weil ich die Treppe nach oben nicht finde. Da wird nur noch zwei liegen. Einer hab ich entschärft. Wo ist der Weg nach oben? Hallo. Hallo. Du redest. Hier. Doch, du bist doch mit mir hochgegangen. Was ist dir los? Ich war schon oben, als du da warst. Ah, da geht's doch. Nein, das ist oben. Hier, da wird beschossen. Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Ihr wird beschossen. Aber das ist ja schon wieder vorbei, Kato. Da ist ja nix mehr. Alles vorbei. Boah. Der Raketenwerfer. Alles los. Das geht gleich wieder auf. Ah! Der Raketenwerfer. Da, wo du grad doch weg bist. Golden Deagle oder Deagle Sideking oder Deagle Deagle? Da liegt der Max. Wo liegt das? Maru's Böse. Maru, okay. Ich muss abhauen. Ich bin eisig. Ja, ich weiß ich. Maru's Böse. Maru's Böse. Wo ist Maru? Der ist nach hinten gerannt ins Labyrinth. Äh, gib mir eine Katze. Aha. Ja, Maru's Böse. Ja. Wir haben aber einen Sidekick geschossen. Iams hat auch eine Katze. Aha. Ich bin ein Sidekick ganz sicher. Ich glaube ja. Aber es ist doch nicht nur Wagen. Achso, hey, warum soll ich denn noch geschossen? Nee, ich hab nicht getrunken. Du hast geschossen, der Deagle. Dann komm ich zu dir. Du drehst dich um und schießt auf mich. Was ist das denn? Iams, Iams, Iams. Hab ihn. Du, Kapuze und dich haben Iams schön hops genommen. Pass auf, da ist... Scheiße. Oh Gott. Was ist da los? Pass auf, da ist ein Shinigami. Aber ich hab Angst, dass es vielleicht ein Shinnigami ist. Ein Shinigami. Alter, fucking! Das ist ja kein Shinigami, das ist ein Vendetta. Der kann ja immer jeder sein. Kapuze wurde abgestochen. Glaub ich aber auch. Aber ich weiß nicht von wo. Hier liegen ganz schön... Also hier liegt zumindest... Ne, hier liegen reichlich unidentified bodies. Ja, Mr. Trailer. Wer lebt denn noch? Wer lebt denn noch? Wer lebt noch? Ja, aber ich bin eingestellt. Kapuze liegt hier. Wo denn? Aha. Neben dem Turm. Ich sag euch, Gipi ist es. Er ist eine explosive Persönlichkeit. Wisst ihr das? Er ist eine richtig explosive Persönlichkeit. Was ist jetzt passiert? Ich bin jetzt mit ihr. Er ist eine explosive Persönlichkeit. Aber... Ach ne... Aha. Was sind die denn erschossen? Was? Da ist doch gerade jemand erschossen in der Burg. Weiß ich. Ich weiß von nichts. Ich. Ich bin eh die Letzten. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich... Ich probier gerade... Ich habe auch hier nicht die Möglichkeit mich zu... Oh! Moment! Ne. Hast du schon, wenn du ein High-Alter machst? Ja, hab ich aber nicht. Ich hab da kein... Kein Radar. Ich finde dich nicht. Wo bist du denn? Ja, ich bin hier irgendwo... Hier. Oben im Turmchen. Und du? Oben im Türmchen. Ich höre hier die ganze Zeit diverse Waffen fliegen. Irgendwas buggt in der Ecke. Ja, aha. Ey! Das wäre so geil gewesen, wenn du Second Chance gehabt hättest. Und dich hinter ihm wiederbelebt hättest. Aber ich hatte nichts im Shop leider. Das war... Im Shop ist random. Also kannst du... Kannst auch rerollen. Aber man kann? Okay. Ja, aber es kostet halt Credits. Ja, das hatte ich reichhaltig. Ich habe alle eliminiert hier gerade. Hier liegt den Schakal mit dem... Warst du Trader, Gibi? Ich werde so gedrängst. Wie bitte? Hast du Trader oder was er noch? Frech hättest du verarscht. Ja, ich habe Trader, aber... Trotzdem hast du ja mit einer Deagle auf einen... Bitte helfen Sie mir! Ich stecke fest! Aber du hast das Wort gewollt, was ich Trader hatte. Ich habe mich zweimal selbst getötet. Ich habe mich selbst gesteckt. Aber warum sollte ein Trader mit einer Deagle einmal schießen und dann weglaufen? Vorsichtig. Weil du nur einen Kill machst? Einen Schuss? Aber davon gehe ich nicht bei Maru aus. Boah! Boah! Wenn du... Das ist aber frech. Das ist aber... Wenn du frech... Unsympathisch! 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 Du bist auf TV oder was? Hier los! Was ich verrächtig an? Ein Leute vom Himmel! Den Maru mag ich gerne! Ich bin eine wuselnde Label-Rind-Katze! Ich bin eine wuselnde Label-Rind-Katze! Was bin eine Label-Rind? Was bin eine Label-Rind? Maru, grüß dich! Label-Rind! Ich rede nicht von dir! Aber du könntest von mir reden! Kann man hier auch mal richtig gehen? Geht das durch? Darf ich kurz testen? Nein! Näh! 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 Ich denk irgendwie, keine Ahnung, die Axt nicht geben und so!!! Oh! Alter! Pf очень, voll Arrogant! hm! Der ist denn da so zackig! Und dann, what?! Ich bin Spiek! Du bist Katzi-Konzalez! calories of speed! Hallo? Die Axt ist weg! Die Axt ist weg Kaputz baseball! Aak! Nee die Axt wurde nur befreit, sie ist frei für alle... Axt ist so frei! Siehst du, nachdem ich einmal einmal sagt dass sie arrogant sind, den Trailer... Wie gibst du? Was machst du denn bei meinen Fischgabern? Ich versteck die Axt irgendwo, wenn die drüber läuft, gibt's Schaden. Viel Spaß. Die Axt ist in der Burg. Oh oh, Scheiße. Jeder für sich. Missl. Misslanschlag LP. Ja, zum Glück sitzen wir in der Burg, da sind wir sicher. Richtig. Lektro ist schon mal für diese Anschläge gemacht. Lektro ist halt sowas von Tee. Tim, ich weiß aber von was. Tim ist es. Tim, du hast jetzt noch die Chance, dich zu uns zu wehren, sonst wirst du verhauen. Ich hab überhaupt nichts. Doch, geschoppt. Oh, das Higgs, das Higgs, das Higgs auf Tim jetzt. Nein. Gib mir zu jetzt. Die Zeit. Warte mal. Ey, Mann, wir sind da drin, da drin, da drin. Dafür wieder geköpft. Lasst mich durch. Geht weg von der Axt. Zeit Kick. Ja, aber wer, Kuntra? Nein, Mann, Mann. Wir werden die Kristalle zu gefressen. Maru hat gerade Kristall geschlagen oder wie? Was zur Hölle? Maru, Kristall. Ich wurde gerade weggeaxen von Dalu. Maru, Kristall oder wie? Maru, 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 Maru. Was denn? Du hast doch gerade ein paar Kristall gefressen. Nein, hab ich nicht. Oh, ich sehe ihn. Du warst auch kaputt, das ist eine Falle. Du warst auch kaputt, das ist eine Falle. Du bist nicht reinlaufen durch den Gang da durch. Scheiße. Warum weißt du, das ist deine Falle? Ich bin tot, oder? Was ist das für ein Bug? Weil ich dich da schon mal Dalu umgebracht habe. Außer sein. Maru, bist du... Ich bin mir nicht hier. Ich bin es nicht. Ich habe gar nicht hier den Kristall gefressen. Ich bin mir so sicher. Okay, okay. Was? Was ist hier los? Das war Gipi. Das war Gipi. Das war Gipi. Nein, das ist eine Falle. Habt ihr gerade gesagt. Ich habe zugehört. Mein Kristall wurde zerstört im Labyrinth. Ja, Gipi. Gipi ist im Labyrinth. Warte, Gipi. Gipi und Tim. Gipi und Tim. Gipi und Tim. Und noch ein Sidekick. Scheiße. Oder noch ein Sidekick. Oh Gott. Hä, warum ist deine unidentifizierte Leiter? Ja, das ist klar. Leiter. Rate mal, weil da wer drin ist. Oh. Ja, geht da zum Beispiel. Hier sind leider Schild... Ach nein, die sind tot. Nein, sind sie nicht? Nee, sind nicht tot. Okay. Ähm. Ähm. Komm dran, komm. Fuck. Ja. Ich kann nicht schießen, dann töte ich dich. Ah. Ich werde beschossen. Sag doch einen Namen. Gipi, okay. Ja, Gipi. Gipi. Das verrückte Labyrinth. Geht schon mal um. Knallen ab. Gabi, Gabi. Es ist in der Ecke. Fuck. Maxi? Ja, ich habe Gipi erschossen. Ja, schön. Was ist passiert? Schön. Nein, Gipi wurde er. Maru war es doch... Maru war es doch... ... zweimal an der Axt gestorben. Maru, hast du, hast du Kistar gegessen? Nein. Oh. Maru, hast du das gesehen? Nein. Du bist beim Wegrennen über die Axt gelaufen gestorben. Dann bist du als Vendette auf der Axt respawned und wieder gestorben. Stimmt. Wo ist Baluide verrecken? Althems in kleiner Wengelue. Ungustel. Aber du hast doch gar nicht geschossen. Aber du hast doch gar nicht geschossen, oder? Ja, dann lass ich. Seid er sich im Labyrinth versteckt, aber ihm das zu gefährlich. Aber ich hab dir so vertraut, Max. Ich wollte ja zum Heikischießen, wenn Ballot nicht reingekommen. Oh, blöder Ballot. Ja, der ist echt blöd, ey. Aber süß. Ja, heimblöd nennt man ihn. Heimblöd. Oh, oh. Ich hab'n blauer Eis. Wer war denn ein Kristallfresser von vorhin? Für mich war das. Seit wann haben wir uns auch Kristallfresser geeinigt? Ah, ich hab'n Kristallfresser geeinigt. Kein egal, wie ich den Labyrinth habe. Kann man nicht theoretisch anhand desen, wer welchen Kristall setzt. Eine kann auch fliegen. Ne, aber hier steht doch einer, den ich nicht kenne. Maxi, was war das gerade? Wie, was war das gerade? War das jetzt die Raygun, oder war das die Missile? Maxi ist vom Dach gekommen, ich hab'n 1,6 plus ein Uwe. Das hab'n ich gesehen. Maxl. Ich war hinter die Treppe hochgegangen, aber okay, wir sind vom Dach geflogen. Maxl, mach mal. Maxl, mach mal. Ich bin so blind. JAHU! Und ich seh'n nix. Ich seh' halt immer noch nichts. Es war doch darkness dazu. Noch jemand? Ich kann... Du hast gerade einen Fehler gemacht. Es wurden Fehler gemacht. Maru, was hast du gerade geschossen? Der hat gerade die Waffe gewechselt. I come to talk to you guys. Jetzt verlor wir. Wenn man runterspringt... Nein! Ich sing's schön! Wenn man runterspringt, dann fällt man hier oben einfach wieder vom Himmel. Boah, das hat mich fast das Leben gekostet. Chaos. Ich hab's gesehen. Chaos ist richtig, richtig fies. Nee, ist mir leider. Hallo. Hallo, warum hast du so ne kleine Pistole in der Hand? Da! Kleine Finger, du! Ja, Dalo hat ne kleine Finger, oder? Kleine Finger, oder? Hallo, warum sperrt ihr mich aus? Ich wollte gerade raus. Ich wollte auch gerade raus. Das war effizient. Was ist passiert? Das Ding ist wie explodiert von Dalo. Du bist eh ein süßer Knall, oder? Da, items ist hier tot. Du bist es doch, oder? Wir sind wieder ausgesperrt. Zweite Mal hier. Da oben ist gerade was explodiert. Nein, das sind die Türen, die mal auf uns zugehen. Kommt man, schau mal. Maxl, wer ist böse Dalo? Sag mal Namen. Der hier. Der. Zack. Hat wer ne Katze, der Mau? Ich hab ne Katze, die ist lieb. Hallo, Gipi. Zeig mal Dalo, wer? Ich weiß es nicht. Ich hab ne Katze, ich bin lieb. Böse verstecken sich meist im Labyrinth. Da, scheiße, ich bin blind. Ich bin sehr full flushed, ja. Ich bin blind. Das ist gemein, während ich blüge angeschossen zu werden. Unkel und blind. Furunkel. Oh! Der trailer ist auf! Rein da! Wer war das denn? Kundra, ist das? Kundra, ist das? Ich hab den Rücken zugedreht gerade. Kundra, ist das? Du bist ja auch ein geiler Parcours-Läufer. Achso, ne, ich kann nix. Boah! Das kann ich auch. Boah! Krass. Aber kannst du auch noch weiter. Wahnsinn. Darunter. Ich bin possessed. Bin ich possessed oder nicht? Ich weiß nicht. Ich hab nen Schuss gehört. Ja, ich hab geschossen. Okay, ja, gut dann. Der Kristall wurde kaputt gemacht. Ist denn überhaupt schon... Es wurde keiner confirmed. Warum sollte er so... Im Labyrinth ist der Kristallsnecker. Ne, der Schuss müsste eh... Im Labyrinth ist ein Kristallmensch. Weil ich grad gegen die Hand geprüft hab. Ja, Kundran ist da. Und dein Papierflieger! Ja, Maru hat auch Papierflieger! Maru! Schieß auf den Papierflieger! Komm, wir machen ihn fertig. Der schießt auch auf den Papierflieger. Aber ich treff ihn nicht. Also ich treff ihn gar nicht. Ja! Warum freust du dich? Der Papierflieger hat sich nicht geschickt. Oh, los. Sorry. Ja! Maru! Voll... Kundran ist böse! Ich dachte, wir haben hier getroffen. Also nicht die Maru, sondern den Papierflieger. Ach, im Papierflieger nochmal! Oh nein, ich bin possessed! Ich wusste es! Es ist scheiße. Okay, Kundran ist possessed gewesen. Kundran ist es einmal. Wer ist es noch? Hier. Kannst du nur einmal? Du auch. Wo bist du denn? Sag ich denn nicht. Ich rede nicht mit Verrätern. Ich hab ja nie gesagt, dass ich was anderes bin. Du bist... Und er frisst jetzt grad wette Kristalle, oder wie? Oder wie seh ich das im... Arschloch, du. Komm her! Ich werde dich zerreißen. Wie ein Reh. Wer? Wo ist es denn? Reh zerreißen. Ja, sicher. Wieso zerreißt du denn Reh? Weil ich ein Haupte bin. Hast du Probleme, oder wie? Komm her, komm her. Nee. Oh, Arschloch. Ist mal ruhig. Ich bin unbesiegbar. Fuck! Na gut. Der fliegt mit. Ich dachte, du wärst ein Necromancer geht. Wir wollten dich wiederbeleben lassen, aber hast du nur die Leiche da ausgenommen. Kartl war auch Trader, Arschloch. Ja, aber ich hab ihn nicht possessed. Ja, ich hab ihn in den Ohr geschmissen. Wolltest du mich killen, Kartl? Nein, ich war possessed zu dem Zeitpunkt. Maloui hat geschossen. Genau. Wer hat denn... Wer hat denn Maloui getötet? Ich. Und dafür muss ich das abbekommen. Der ist dein Teammate, kann ich auch nichts für. Der hat halt voll den Headshot von mir bekommen und hat noch voll HP. Das ist halt wieder eine ganz geriggte Partie gewesen. Wiii. Oh. Was gibt's denn hier? War ausgeliebt. Den Conan gibt's. Der ist schon schön genug. Der Hunter kann nicht so springen auf der Map. Oh, das ist ne geile Waffe hier. Kennst du die? Den Krat, ich war eigentlich noch rückkommen. Warte, hier ist ne Pfanne. Wiii. Nicht da runter jodeln da. Und wer jodelt? Ich hab geguckt. Kann man da rüberhüpfen. Probier mal. Probier mal. Probier mal. Ja, mach mich runter da. Komm, komm, komm. Nein, ich trau mich nicht. Ich hab Angst, dass ich dann runter... Oder ich hab Angst vorm Chaos, glaub ich. Davor hab ich am meisten Angst. Da ist vorm Dalu Karten unten. Vorm Chaos muss man auch Angst haben. Okay, ich glaube aber von oben... Dalu macht Faxen. Nein, das ist der Smoke, ey. Nein, Dalu, tschüss. Der macht nie. Hier ist der Bärenfalle ganz oben. Was ist denn da los? Ich bin Vendetta. Wir waren aber unten. Ich war bei... Oh nein. Nein. Was? Wir sind schonmal nicht. Haben wir ein Glück. Was? Nein, nein, nein. Maru. Mach doch einfach weg die Falle, verdammt nochmal. Hier ist ne Bärenfalle oben. Mal gucken wir rein. Ja, das hat doch der Maxi gesagt. Ja, aber die war doch... Die wurden... Die wurden nicht entschärft. Nee. Aber hätte Maxi... Da kann man ihn retten. Er kann doch überleben. Er hat doch noch ne Chance. Warum liegt hier einfach ne Katze? Die kannst du nehmen, das ist ne gute Waffe. Wer hat eigentlich am Anfang einen Parkour gemacht eigentlich Kapuze? Wer ist dann von oben runter gesprochen? Oh Mann! Ich war bei Elektro. Keine Ahnung. Also ich weiß wirklich nicht. Kannst Elektro fragen. Elektro ist der Detektiv auch. Der Detektiv bin ich auch. Ja, aber Kapuze war durchaus die ganze Stadt. Die Familie auch zu treffen. Sicherlich. Ja, ja, ja. Ja, sicherlich. Maxl, was ist da? Hüpf jetzt einmal. Jetzt zeig einmal was... Da kann man ja hüpfchen. Das ist ja langweilig. Das tut ja weh. Das ist so ein geiles Bild. Wir haben einen Error-Ber. Wir haben mir die Error-Flashback ins Gesicht geworfen. Die wird viel zu wenig genutzt. Hey, da hinten. Oh. Da geht die Party ab. Da musst du auch arbeiten. Da ist ein Traitor-Ding. Das ist der Stein, oder was? Ja, ja, ja. Oh je. Dann kämpf ich da lieber nicht. Na, na, na. Ja, bitte. Da mach ich gar nix. Gute Entscheidung. Da mach so nix. Maxi. Da hab ich ja Angst. Die Axt ist gefallen. Ja, ja. Die Axt ist gefallen. Die Axt ist gefallen. Die Axt ist gefallen. Die Axt ist gefallen. Der Klappstuhl ist ausgegraben. Wo ist die Axt? Die Axt ist gefallen. Die Axt ist gefallen. Das ist so n Zeichen einfach. Die Axt ist ausgegraben. Dieses Jahr wird die Ernte gut werden. Die Axt ist gefallen. Die Axt ist gefallen. Die Axt ist gefallen. Die Axt ist gefallen. Der ist verrückt. Der ist so verrückt. Warte, eine Bombe genau auf mich. Oh shit. Oh shit. Jetzt noch mal Schluss mit Lustig. Da wurde, da wurde zum Home Run geblasen. Hab ich genau gesehen. Darum, möchtest du die Leiche nicht mal confirm? Wen? Den Items erschossen hat? Ich hab' niemanden erschossen. das schaut verwirrend aus nein ich habe hier niemanden erschossen ja observiere hallo können wir jetzt mal items fertig machen also könnten wir das nicht tun das ist das gewesen ich habe erwischt aber sonst geschossen ja von dalu oben da nein ich hab's gesehen da du kannst gar nichts gesehen aber ich gar nicht okay das heißt da nur der ist im trader raum oben drin im türmchen gar nicht du würmchen würmchen schwürmchen warum geht ihr nicht mehr wer was musste mich nicht jetzt hier ist gerade eine rakete ins dinge okay hier ist ein toter ich sag's doch ich habe so nicht warum das gerade nicht geklappt das ist peinlich also dalu ist irgendwo dort wo man hin teleportiert also der weapon jimmer der war unhöflich wer auch immer das war also da ist er wann kann ich denn wieder mit meiner waffe schießen ich hätte gerne wieder meine waffe zum schießen also entweder hat dalu ein dead ringer oder ich komme wieder keine frage das heißt dalu kommt wieder aber das war eine dicke bude da eigentlich oi oi items den weapon jimmer hab ich dir einfach just for fun gegeben der hoffnung da kommt eine lustige ich stand vor kundrand wollte ihn dann abschließen weil er derjenige war der meine ehrmarsail überlebt hat und dann nur klick das jetzt fein irgendein trader kollege hat mich fast mit der dings mit der mit der disco ähm ja mit der plasma ja wenn es euch gefallen hat dann lasst ein like schreibt mir an vorbei bis zum nächsten Mal wieder auf uns ein bisschen und tschüss bis zum nächsten Mal wieder auf uns ein bisschen und tschüss